... Das geht auch nicht. Ja, was ist? Um halb fünf. Du, ich glaube schon. Ich habe allerdings meinen Kanal runter. Maria, ich danke dir und freue mich. Und dann um halb fünf. Ja? Können wir zum Kapitän lenken jetzt, Oma? Ja, ich danke dir. Ja, ich danke dir. Ja, ich danke dir.